So, kurzes Video zum... Ach, Chiara, muss das sein? Ja, es gibt gleich was. Kurzes Video zu 5 Jahre... Nein, warte mal. 6 Jahre Meerschweinchengehege. Äh, ja. Ja, genau. Ich würde auch gleich noch mehr am Zaun knabbern, damit es schneller geht. Und 6 Jahre Meerschweinchengehege. Das hier, was ich mir hier gebaut habe. Und, äh, also so sieht das hier aus. Ja, also... Hier sind Aufkleber drauf, wie man sieht. Es hat mehrere Stockwerke. Okay, hier ist sogar ein, äh, Meerschweinchenkalender. Ja, das ist noch eine alte Jahreszahl. Ähm... Ich weiß gar nicht, wo ich den her habe. Geschenk bekommen irgendwie. Ach so, ja. Dann muss man sich hier... Dann... Kann man... Uah! Na gut, okay. Ja, also die halten sich jetzt irgendwie jetzt nicht so wirklich viel oben auf, außer ich gebe dort was rein. Dann hier... Wenn ich hier Futter hinmache, dann sind sie natürlich auch hier. Und, was haben wir hier? Silvesters, Pyrotechnik, Labels, wie man sieht. Keller, Funke... Und so weiter. Hier ist sogar noch von Zwickau einer. Simson treffen. Und hier hinten noch mehr Röderfeuerhack. Hier. Chiara. Ach. Holt euch euer Zeug. Lata! Chiara, du hattest doch gerade eben. Ach Mensch. Nala. Hier. Naja. Und schwuppsiwupp sind sie alle weg. Niemand mehr zu sehen. Ja, und die Bauzeit war tatsächlich nur 7. bis 10. Januar 2015. Oh. Sieht man hier noch was? Ah, nicht so viel. Okay. Dann gebe ich es jetzt auf hier. Tschüss.